Sicher ein bisschen Understatement vom Coach des Überraschungstabellen zweiten. Seine Verteidigerin Raffaella Manieri mit dem Blackout. Unfreiwillige Vorlage für Ugini, die Japanerin bleibt hängen und hat da den Streit nochmal abzulegen für Martina Müller. Ja und das lässt sich die beste Torjägerin des VfL Wolfsburg mit 10 Treffern bisher normalerweise nicht entgehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017